So, liebe Freundinnen und Freunde von Ars Musica, unser Studio ist fertig. Nicht nur das Studio, ich meine, das Büro ist ja eigentlich schon länger da, aber jetzt haben wir ein kleines Studio eingerichtet, was sehr gemütlich ist, weil wir haben eine Couch, wir haben jetzt auch eine Spüle, wo eine Kaffeemaschine und ein Wasserkocher stehen. Es gibt eine wunderbare Fensterfront, wo viel Licht rein strömt, aber jetzt gehe ich mal in unser Herzstück, und zwar das Studio. Ihr könnt natürlich auch einfach nur Klavier üben oder ein Instrument eurer Wahl oder eben aufnehmen. Und wie ihr jetzt vielleicht an meiner Stimme schon hört, wird es hier viel dumpfer. Warum? Weil wir hier so Dämmplatten hingemacht haben, also keine Dämmplatten, es sind Absorber, hier oben auch an die Decke, damit eben der Klang etwas dumpfer wird. Für Sprache und Gesang ist es ziemlich gut. Und hier kann man aufnehmen. So, und jetzt wünsche ich mir, dass möglichst viele Musikerinnen und Musiker dieses wunderbare Studio benutzen und proben und neue Musik kreieren, weil neue Musik brauchen wir auf jeden Fall. Also dann, bis bald. Servus. 3.